Der Leichnam ist nach einer Organspende nicht entstellt. Der Leichnam weist Operationswunden auf. Das heißt, um Organe zu entnehmen, muss der Bauchraum eröffnet werden, bei einer Herz- oder Lungenspende auch der Brustkorb. Diese Öffnungen werden wieder verschlossen wie nach einer Operation. Und diese Operationswunden sieht man danach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017